Grüß dich! Heute sprechen wir über das Thema Brüche. Was ist so ein Bruch überhaupt? Was tue ich damit? Was gibt es da für Begriffe dazu? Wie addiere ich die und wie subtrahiere ich die ganzen auch wieder? Tja, ganz ehrliche Vorgeschichte. Ich kann mich selber meiner Schulzeit erinnern, wie es irgendwann einmal um das Thema Brüche ging und mir wie bei vielen anderen mathematischen schulischen Themen erzählt wurde, ja das brauchst du später im Leben. Jetzt bin ich später im Leben, kenne so viele Erwachsene und auch Lehrer und die sagen, naja, ich habe es eigentlich nie wieder im Leben gebraucht. Also ich kann dir ziemlich sicher garantieren, wenn du es nicht gerade für die nächsten Schularbeit und für den nächsten Test brauchst oder dann deinen Kindern das irgendwann einmal noch mal zeigen möchtest oder Mathematiker oder Physiker wirst, dann interessiert dich das aber sehr wahrscheinlich, weil sonst wirst du nicht Mathematiker oder Physiker. Für dich mache ich das Video im Normalfall nicht, weil du wirst dich auskennen, du wirst dich selber aus Eigenmotivation in das Thema reinarbeiten, dann wirst du es nicht mehr brauchen. Tja, so viel Ehrlichkeit muss einfach sein. Aber wenn du Schüler bist, du sitzt in der Position, du bist jetzt dort, du musst es für die nächste Prüfung zum Beispiel können. Oder lieber Elternteil, du musst es deinem Kind zeigen für die nächste Prüfung. Und deswegen versuchen wir wieder das Ganze einfacher zu gestalten und gehirngerechter aufzubauen. Ja, was ist so ein Bruch? Sagt ja der Name schon. Etwas zerbricht. Da haben wir jetzt einfach mal so aus der Küche eine Reiswaffel genommen. Das ist ein ganzes, wie man ja sieht, so wie alles was man in der Hand halten kann. Stift ist auch ein ganzes. Und ein Bruch ist, wenn ich das logischerweise zerbreche. Das heißt, wir machen da jetzt mal zum Beispiel vier Teile draus oder wir können noch eins zerbrechen. Da haben wir fünf Teile. Das sind jetzt Brüche. Und dann haben wir ja zwei Dinge, die da stehen. Habt ihr es vielleicht in der Schule schon mal gehört oder wenn nicht, kommst du vielleicht frisch in das Kapitel. Wir haben einen Zähler und einen Nenner. Und der Nenner, der benennt, wie viele Teile sind insgesamt da. In meinem Fall haben wir hier fünf Reiswaffelteile. Das heißt, die Gesamtanzahl von denen steht einmal immer unten. Das heißt, in fünf Teile. Aus irgendeinem Grund kann ja passieren, dass man mal was verliert, verschwinden zwei. Das heißt, jetzt haben die nur noch drei. Das sind drei Reiswaffelteile. Man, sind die trocken. Jetzt haben wir nur noch drei über. Und wir zählen, das ist der Zähler, also der Nenner benennt, wie viele haben wir insgesamt. Oder hatten wir in dem Fall. Und der Zähler sagt, wie viele haben wir jetzt noch. Also wir zählen, wie viele haben wir noch. Zwei habe ich gegessen und drei bleiben über. Also haben wir drei Fünftel. Das ist der Bruch dazu. So, das ist einmal allgemein zu den Brüchen. Jetzt gibt es natürlich dann die Ideen, dass man das Ganze addieren, subtrahieren, kann man dann auch multiplizieren, dividieren. Schauen wir uns, glaube ich, in einem Extra-Video mal an, dass man das möchte. Das heißt, wir sagen drei Fünftel plus, keine Ahnung, ein Fünftel. Weil mein Bruder zum Beispiel, der hat auch Reiswaffel gegessen, aber der hat nur ein Stück übergelassen. Und jetzt wollen wir das zusammenzählen. Das macht man ganz normal, wie du das gewohnt bist. Das heißt, man zählt einfach oben zusammen. Das ergibt vier. Und es bleibt ja bei den Fünfteln. Also wir haben jetzt da nichts geändert. Wir haben es nicht nochmal auseinander gebrochen. Wir haben da unten nichts verändert, auch an der Gesamtzahl davon nicht. Das heißt, das bleibt. Und es ist dann gemeinsam vier Fünftel. Jetzt rate mal, wenn man da Minus reinschreiben würde. Das heißt, hier kommt nicht ein Plus, sondern ein Minus hinein. Das heißt, er wird mir noch ein Zweck essen, der Blödmann. Dann würde hier natürlich was stehen? Was glaubst du? Drei minus eins ist richtig. Dann würde hier zwei stehen. Dann haben wir noch zwei Fünftel über. Wichtig dabei zu erwähnen ist, unten im Nenner, wenn ich solche Sachen machen möchte, wenn ich das zusammenzählen will, wenn ich es wieder subtrahieren möchte, dann muss natürlich dort das Gleiche im Nenner stehen. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, okay, du teilst deine in acht Teile auf und gibst mir ein kleines Stück von deinen Achtelteilen. Das geht natürlich nicht. Das heißt, da muss immer das Gleiche rauskommen. Da gibt es auch Methoden dazu, wie man dann immer auf den gleichen Nenner kommt. Aber auch das besprechen wir dann im nächsten Teil. Ja, ich glaube, das war es so im Groben. Also wie gesagt, ein Bruch ist, wenn ich etwas zerbreche. Dann habe ich dann die Bruchteile. Die Gesamtzahl dieser Teile schreibe ich im Nenner auf. So viele, wie ich verwenden möchte oder wie viele angegeben sind, die werden gezählt. Das ist dann der Zähler. Wenn ich sie addieren möchte, muss ich darauf aufpassen, dass unten die gleiche Zahl steht im Nenner. Haben wir in dem Fall. Und dann zähle ich oben einfach zusammen oder ziehe ab. Je nachdem, was du gerade als Rechnung brauchst. Ja, alles weitere im zweiten Teil. Wünsche dir alles Gute. Bis bald. Tschüss.